wir spielen astra ich habe keine ahnung wie gut die ist ehrlich gesagt habe ich sie noch nie gespielt gerade gekauft ich weiß gar nicht was sie macht so dann jetzt rein ins match bin mega gespannt ich hoffe man sieht mich auch gut in der cam aber jemand ist gelieft let's gooo ich freu mich jetzt die ganze schon wieder was ja wenn sie wieder bekommen und die gegner sind auch nicht zu high level bitte lasst es eine gute runde sein wir sind halt erst level 5 übrigens ich entschuldige mich für die schlechte grafik aber mein laptop kriegt das gerade an da weite ich nicht so gut hin also nicht wundern okay erste runde ist immer mit pistolen da bin ich jetzt interessiert wie das läuft uns die ghost ich habe das gefühl dass es eine gute pistole so wir decken mit mal sehen ob das was wird ich hoffe man unser ganzes team stirbt okay wir haben einen wir haben einen scheiße wir haben zwei let's go komm wir können es schaffen wir können es schaffen wow jungs wir sind's wir sind's digger holy shit wie gut wie gut digger digger jungs das war richtig gut gemacht glaube ich oh da war jemand ah da kommt viele fack ah fuck okay die decken nicht wir gehen mal hier über mit mal sehen ob wir da was reißen können da draußen ne oh scheiße so diese runde müssen wir jetzt auch mal was machen weil die letzten zwei runden waren katastrophal gut so wir gehen mal wieder mit am anfang ich hoffe einfach dass die das richtig jetzt machen weil die kommen da immer an derselben stelle durch das nervt nein hat sie ihre ganze ulti gerade nur dafür verschwendet oh mein gott oh mein gott ich dachte wir können nach rechts da ich bin so schlecht wir haben eine sehr sehr gute idee für diese runde weil ich glaube die werden wieder durch den eingang da kommen aber diesmal kriegen sie eine überraschung so wir gehen jetzt mal hier hin weil ich habe das gefühl eine schlechte idee sein wenn wir da wieder an derselben ort wenn wir wieder zum selben ort gehen ich glaube die wetter wieder snipen schrägstich die werden auf mich warten meine ich wer lebt noch der omen und der hat sich hinter uns teleportiert der ist da jungs ah fuck ich dachte es ist die äh ich dachte es ist die vanguard nicht die äh die guardian nicht die vanguard so wir werden jetzt gleich hier hin smocken aber diesmal laufen wir weiter nicht so dumm wie beim letzten mal also bei b anscheinend oder so digga scheiße digga jungs 4 gegen 1 ist das euer ernst nicht wieder aufstehen können wir nichts machen scheiße oh mann dann warum sterben die auch alle digga dann lass uns mal alle über b gehen und dann pranken wir alle bei b die bombe jungs habt ihr mich verstanden jungs jungs was geht was geht was geht abgeschossen so leue das ist der gegner das ist halt keiner digga so leue Yes, Jungs So Jungs, das war's auf jeden Fall mit dem Video Heute haben wir wirklich Valorant gespielt Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder Vielleicht wenn ich Valorant auch mal streamen oder sowas Aber auf jeden Fall, wir sind blutige Anfänger Also keine Ahnung Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder Ciao mit Out Out